Bonn jo meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, heute zeige ich euch, wie ihr drei coole Designs für eure Halloween-Welt machen könnt. Da hätten wir einmal diesen Kürbis mit seinem Minikürbis, ein Grab, was auch im Dunkeln leuchtet, was machen die Dorffugel noch hier by the way, und eine Vogelscheuche, die ebenfalls nachts leuchtet. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. So Leute, wir starten mit Teil Nummer 1 mit dem Kürbis. Und dazu braucht ihr das, was ihr hier gerade in meiner Leiste seht. Ihr braucht einen Rüstungsständer, Schnee, einen Kolben, einen Hebel und einen Grasblock. So, wir fangen an. Ihr macht das Loch 2 tief. Setzt dann 5 mal Schnee. 1, 2, 3, 4, 5. Pläst dann den Rüstungsstände. Ihr müsst ihn hier an der Wand place, damit er runterfällt. Der ist nicht gerade. So, jetzt den Kürbis da rauf. Perfekt. Einer neben lässt er dann den Kolben. Den Kolben. Den Hebel rauf, löst ihn einmal aus. Packt dann das Gras hier hin. Und dann den Kürbis. Voila. Wir haben eine schöne kleine Halloween-Dekoration. Das war Nummer 1. So, Leute. Nummer 2. Da braucht ihr auch wieder das, was ich hier in meiner Toolbar habe. In meiner Schnellleistung hier unten. Wir fangen damit an, dass ihr hier Glöcke baut. So, 1, 2, 3, 4. Und dann baut ihr hier einen weg. Baut der Glowstone hin. Macht das Wasser hier hin. Dann baut ihr Dirt hier hin. Packt das einmal schön, damit es auch schön aussieht. Packt dann den Kürbis da einmal hier hin. Und dann hier hin. Dann könnt ihr das abbauen. Und das so bauen. Müsst ihr natürlich nicht so machen. Könnt ihr auch andersrum machen. Dann packt ihr das Schild hier hin. Schreiben wir Rest in Peace. Zack. Packt dann noch Stevie Wonder hier drauf. Und dann können wir das Ganze auch noch ein bisschen mit Spinnweben verzieren. Müsst ihr natürlich nicht. Könnt ihr machen. Mit Bruchstammauer auch noch ein bisschen hier. So, ein bisschen Schilden machen. Zack. So, vielleicht dann hier nochmal ein paar Corpwebs drauf machen. Ein bisschen, I don't know. Ein bisschen Kies hier überall hin. Und dann bei Nacht sieht das Ganze so aus. Das leuchtet von selbst. Das müsst ihr gar nicht machen. Das ist doch wunderbar. So ein schönes, leuchtendes Grab. Falls ihr euch fragt, warum das Wasser da unten dran ist. Das ist damit hier die Erde. Hier vorne schön so bleibt, wie es gerade ist. Damit das nicht wieder austeilt und zur hässlichen, normalen Erde wird. Und ich würde sagen, wir springen direkt zum nächsten. So Leute, jetzt bauen wir euch die Vogelsträucher. Dazu müsst ihr wieder die Sachen nehmen, die ich hier gerade in der Schnellleiste habe. Das ist nicht der Momentar hier. Ihr braucht nur die Sachen aus der Schnellleiste. Dann baut ihr zwei Blöcke runter. Jetzt den Glowstone. Jetzt das braune Glas. Da auf die Falltür. Dann müsst ihr es einmal so machen, weil der Rüstungsstandard irgendwo rauffallen muss. Zack. So, so. Jetzt dann die Hose. Die Schuhe. Die Hose. Die Brust. Und den Kürbis oben drauf. Und dann ursprünglich sollte hier noch die Hake reingehen. Ich weiß nicht, warum das bei mir nicht geht. Ich bin auf der 1.14.4. Wenn ihr eine andere Version benutzt, könnt ihr natürlich gerne ausprobieren. Und es auf der funktioniert. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, würde ich gerne wissen. Da kann man nämlich auch rechts klicken und die Position der Vogelscheuche ändern. Aber wenn wir jetzt wieder in die Nacht gehen, dann seht ihr schon, das Ganze leuchtet wieder. Das ist genau wie beim Grab hier vorne. Ich habe das mal ein bisschen nebeneinander gebaut. Das sieht doch. Das sieht doch schön aus. Leute, das waren meine drei Tipps für Halloween. Für eure Minecraft-Welt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.